So, guten Morgen und herzlich willkommen zurück bei Skyrim, meine Freunde des unglaublich guten Geschmacks. Und, ähm, ja, gerade ist wieder ein neuer Patch rausgekommen. Da bin ich jetzt, äh, naja, man könnte sagen, ich bin gespannt, ob das Spiel jetzt stabil läuft. Es lag ja scheinbar nicht an zu hohen Grafikeinstellungen, wobei das Spiel natürlich lief, aber, äh, naja, who cares. Ähm, gucken wir mal, ob es jetzt stabil läuft, das würde mich nämlich sehr freuen. Ich würde sagen, die Performance ist auch wieder ein Schnückelchen besser geworden. Und, ja, ne?